ja freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute woche 2 der siebten season also herausforderungswoche 2 season 7 wir besuchen heute das verlassene apartment und ja liefern uns da ein tanz battle die herausforderung kam ungefähr vor einer stunde raus haben uns direkt herangesetzt und haben das gemacht wir hatten ein paar versuche ehrlich gesagt man muss halt schauen weil da sind auch viele gegner also erstmal die gegner weg machen ihr seht auch noch mal gleich ganz kurz ich habe es nur ganz kurz eingeblendet dass ich erstmal außerhalb gelandet bin weil man direkt runter sprintet ich weiß nicht ob es funktioniert aber man sieht es kommen viele gegner mit ich bin hinter dem haus gelandet wie ihr gleich seht habe da keine waffe gefunden aber habt in einem raum eine waffe gefunden habe kurz einen gegner weggemacht die anderen haben sich gegenseitig getötet und dann haben wir das schnell fertig gemacht das ging auch super schnell so hier habe ich keine waffe gefunden hier habe ich dann irgendwann eine waffe gehabt habe da ein bisschen gekämmt wenn ich ehrlich bin nick war ich schon unten habe ich kurz noch die weg gemacht sagt wieder raus weil ich dachte da wäre noch mehr waren sie aber nicht und ja da bin ich auch im keller runter zu nick er hat das ganze teil angeschmissen und jetzt war ich verwirrt weil eigentlich sollte man auf die tanzflächen und da tanzen ich weiß auch nicht was ich hier gemacht habe ganz witzig aber wir haben das ein bisschen länger gemacht ich glaube man kann das später aber auch einfach man kann das auch früher beenden man muss glaube ich gar nicht so lange tanzen ich weiß das nicht nick hat das irgendwann dann beendet glaube ich wir haben jetzt hier ein bisschen rum getanzt ihr seht auch am ende nochmal dass ich die gleich bekomme wir sind ja auch gleich durch und ja wie gesagt passt auf wegen der gegner und dann wird das schon damit verabschiede ich mich schon für dieses video ich hoffe ich konnte euch helfen und bis zum nächsten mal haut rein